Was ist ein Orden auf dem Marktplatz dieser Welt? Also ein Orden auf dem Marktplatz dieser Welt, das Bild gefällt mir sehr gut. Ich mag Märkte, es ist sehr bunt, sehr vielfältig, sehr verlockend, viele Düfte, viel Buntheit, da trifft sich die ganze Welt in ihrer ganzen Vielfalt. Wenn ich das jetzt übersetze für Orden, Orden haben ihr jeweiliges Charisma, ihren ureigenen Auftrag. Es gibt Schulorden, es gibt Krankenpflegeorden, es gibt Orden, die sich für die Jugend kümmern, es gibt Orden, die sich an den Universitäten angesiedelt haben, die predigen. Und dann sind das ja verschiedene Marktstände sozusagen innerhalb des großen Marktplatzes Kirche und nochmal auf dem ganz großen Markt dieser Welt. Und ich glaube, je attraktiver Sie Ihre Angebote machen, also Ihr Angebot anbieten mit den verschiedensten Mitteln, die Sie da zur Verfügung haben, je attraktiver wird das vielleicht auch für die Nachfrage. Vielleicht ist die Nachfrage nicht immer da, aber die kann man ja auch wecken. Also was gibt es auf meinem Marktstand, konkret jetzt, was ich anbieten würde, wäre Zeit. Das ist eine große Nachfrage nach Zeit und immer weniger Menschen haben die für andere. Und ich glaube, Ordensleute könnten sich diesen Luxus leisten, dieses Angebot zu steigern, für Menschen Zeit zu haben. Das andere ist Wertschätzung und Achtung. Ich würde in meiner Auslage stellen, wenn du zu mir an meinen Marktstand kommst, schenke ich dir Achtung, werde ich dich wertschätzen, so wie du bist. Und dass egal, ob du Mann oder Frau bist, ob du schwul bist oder heterosexuell, ob du Afrikaner bist oder Asiat, du bist von Gott geliebt, du bist angenommen und du hast eine Würde. Wenn wir in dem Bild des Marktplatzes bleiben, dann müssen wir ehrlich zugeben, dass wir steiler uns neu positionieren müssen auf diesem Marktplatz, unseren Marktstand und unser Sortiment neu sortieren und nochmal genauer schauen, wo denn die Nachfrage da ist. Traditionell war unser Angebot Schulen hier in Deutschland, große Schulen mit Internaten. Traditionell hatten wir sehr viele Pfarrgemeinden, wir hatten Bildungshäuser, wir hatten eben unsere Hochschulen und Institute. Ich glaube, dass in Zukunft die Nachfrage in andere Richtungen geht und dass wir vielleicht auch unseren Stand der Nachfrage anpassen müssen. Also wir müssen vielleicht einen Bauchladen haben, statt einen fixen Stand und unter die Menschenmenge gehen und viel mehr eben näher, volksnäher sein und den Kontakt zu den Menschen suchen, ihre Nöte. Also in Berührung kommen zum Beispiel mit Jugendlichen. Die Frage ist in der Verkündigung, das Thema Weltkirche noch viel mehr präsent zu machen, Interkulturalität, ganze Fragen nach Miteinander, Leben. Und da sind wir, glaube ich, eher in einer Suchbewegung, als dass wir jetzt schon wissen, wie unser Marktstand in Zukunft aussieht. Es wird mir schon manchmal schwindelig, wenn ich sehe, wie sehr wir noch verhaftet sind in dem Traditionellen, wie schwer wir uns tun, das Sortiment zu ändern, weil doch viel Angst da ist, dass wir Ausverkauf haben. Wir haben Angst, dass der Nachschub nicht kommt, einfach dadurch, dass wir auch nicht mehr viele junge Mitbrüder haben. Also das kann auch Bange machen. Aber es gibt auch Zeichen, die mir Mut machen. Es gibt einzelne Mitbrüder, die für mich Vorbild sind, die in diese Richtung gehen können. Und schließlich dürfen wir den Arbeitgeber nicht vergessen, der, der uns diese Mission, diesen Marktplatz anvertraut hat. Der hat es bis jetzt 2000 Jahre geschafft, diesen Marktplatz zu halten, 140 Jahre mit Steilern. Und insofern glaube ich, dass der auch dafür sorgen wird, dass es irgendwie weitergehen wird. Darauf möchte ich vertrauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017